Ein ganz herzliches Willkommen zur Kanalmitglieder-Bildbesprechung hier auf dem Kanal der Foto-Schule. Genau, es gibt hier die Kanalmitgliedschaften. Ich habe dir die auch noch mal in der Infobox, also in der Videobeschreibung verlinkt, wenn dich das interessieren sollte. Und einmal im Quartal bespreche ich Kanalmitglieder-Fotos. Heute ist es soweit, auch wenn gar nicht Samstag ist. Die Kanalmitglieder-Bildbesprechung gibt es auch immer am Mittwoch. Ich bin einfach die nächsten Wochen sehr viel unterwegs und freue mich, das ein oder andere Format hier vorziehen zu können. Eins davon ist die Kanalmitglieder-Bildbesprechung, also einfach jetzt hier in den Mittwoch rein droppen zu können. Denn sonst würden diverse Mittwochs-Videos ausfallen, weil ich einfach zwischendurch wahrscheinlich nicht dazu komme, welche zu produzieren. Und ich freue mich sehr, dass ihr ziemlich eigenständig Bilder einsendet. Das könnten noch mehr von euch tun. Es sind mehr auf der Stufe 2 Kanalmitglied, sodass ihr die Berechtigung habt, Bilder einzusenden. Und ich freue mich auf die, sortiere die weg, ganz persönlich, packe sie mir dann auf Wiedervorlage und dann gibt es hier die Bildbesprechung. Und heute gucken wir uns die Kanalmitglieder-Bilder vom Q1 2024 an. Wir starten mit einer Einsendung von Angelika Beck. Und die Angelika, die hat einen Graureiher auf einem Seerosenblatt fotografiert. Und ich habe da so eine Idee, wo das sein könnte. Korrigiere mich gern, Angelika, aber ich glaube, das ist in der Wilhelma, weil ich sehe da oben Einspiegelungen von Menschen, die auf der anderen Seite von diesem künstlich angelegten Teich liegen. Und ich habe da auch schon mal fotografiert. Ja, die Seerosen, die da sind, die sind natürlich insgesamt irgendwie beeindruckend, weil diese großen Blätter, die ja auf dem Wasser da schwimmen, die ja wirklich richtig Gewicht tragen können. So auch diesen Reier. Und wenn ihr mal überlegt, wie groß ein Graureiher ist, dann habt ihr auch so eine Idee, wie die Dimensionen von diesem Blatt sind. Das sind wirklich riesige Blätter. Das hast du auch ganz gut fotografiert. Ich selber hätte wahrscheinlich noch einen Ticken dichter ran gesoomt. Und ich hätte das Bild ein bisschen nach links geöffnet, sodass der Reiher einfach mehr Platz in Blickrichtung hat. Und jetzt im Nachgang könntest du natürlich auch noch was tun. Du könntest es einfach schneiden, und zwar kurz oberhalb des Kopfes des Graureihers und dann kurz rechts hinter seinem Rücken. Dann erzielst du einen ähnlichen Effekt. Du verlierst halt ein paar Pixel, klar. Also ungefähr die Hälfte deines Bildes, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber dann wäre der Bildschnitt aus meiner Sicht noch ein bisschen gefälliger. Dann haben wir eine Einsendung auch von Angelika. Die ist aus Cornwell. Und da springen ganz offensichtlich Klippenspringer. Also, oder andersrum. Die, die springen, sind ganz offensichtlich keine Klippenspringer. Sondern das sind ganz offensichtlich irgendwie Touristen. Und die springen da von einer Klippe ins Wasser. Und jeder, der schon mal auf dem Zehn-Meter-Turm gestanden hat, der weiß, dass das jetzt nicht das angenehmste Gefühl ist. Gut, es gibt auch die, die sagen, dass das angenehmste Gefühl überhaupt so schön irgendwo runterspringen. Für mich ist es das überhaupt nicht. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es da so ein bisschen Mut braucht, um da runter zu springen. Diese Farbkleckse in der Landschaft, die sind hier natürlich ganz gefällig, muss man sagen. Ja, also, das lockert das Bild natürlich auf. Ansonsten wäre es ein ziemlich langweiliges Küstenfoto. Dass man da von zwei Seiten springt, finde ich auch irgendwie, dass auf zwei Seiten so Gruppen stehen. Gibt einen guten Kontrapunkt. Finde ich aber auch ein bisschen merkwürdig, offengestanden. Ja, ist so als Erinnerungsfoto vielleicht an so einen Ausflug durchaus ein ganz okayes Bild. Und dann haben wir von Angelika ein drittes Foto. Und zwar einen Sonnenuntergang vom Bodensee. Oder einen Sonnenuntergang, den sie am Bodensee fotografiert hat. Ja, sehr schöne Farben. Das Bild lebt natürlich auch von den Farben. Leider kippt der Horizont nach rechts. Weißt du ja. Ausrichten. Ja, ansonsten. Diese Badestege im Vordergrund, die gehören natürlich irgendwie dazu. Die Frage ist, ob wir ein kleines bisschen tiefer gehen können. Und dann hätte ich digital trotzdem noch ein bisschen auf dem Wasser aufgeräumt. Und zwar die Badeinsel zwischen den beiden Badestegen. Und diese Pfosten, die da im Wasser stehen, im Hintergrund, also direkt hinter der Badeinsel und rechts von der Plattform hier im Vordergrund, von dem Steg im Vordergrund. Das hätte ich einfach digital beseitigt, damit es ein bisschen cleaner aussieht. Ansonsten vom Bildschnitt und von der Bildkomposition finde ich das hier ein ganz gelungenes Foto. Dann haben wir Einsendungen von Ruthveil Herderlot. Und die Ruth, die war mit in Schwedisch-Lappland. Wenn du Bock hast auf richtig Winter am Polarkreis Schwedisch-Lappland-Fotoreise. Im kommenden Jahr haben wir, glaube ich, noch zwei freie Plätze jetzt. Schaut doch sehr gerne vorbei. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich sage mal so, wir sind da, wo sonst niemand ist. Und das ist wörtlich gemeint. So, schöne Morgenstimmung. Hier hätte ich ein bisschen aufgeräumt, was die Fußspuren und so betrifft. Ich frage mich gerade, Ruth, habe ich so ein Bild von dir nicht vor kurzem schon mal besprochen, so ein ähnliches? Also hätte ich das ein bisschen, das hätte ich einfach im Nachgang gestempelt. Da kannst du jetzt natürlich nichts mehr dran ändern, weil da sind andere aus der Gruppe wahrscheinlich am Morgen davor oder sowas durchgelatscht. Vielleicht sogar ich selber und du hast diese Fußspuren im Bild. Den Schneemobil-Track rechts, den finde ich gar nicht so schlimm, aber die Fußspuren hier, die sind nicht so, so sehr schön, weil es auch an manchen Stellen zu sehen ist, dass es menschliche Spuren sind. Wenn das jetzt irgendwelche L-Spuren wären oder sowas, wäre es vielleicht halb so wild. Lichtstimmung ist schön, könntest du aber noch ganz deutlich rausarbeiten. Noch ganz deutlich rausarbeiten und dann hast du das mit einem Naova 6 mm fotografiert. An der Stelle ist vielleicht das Ultraweitwinkel nicht das Beste gewesen, weil die Berge, die im Hintergrund ja sehr majestätisch sind, dadurch sehr klein werden. Da hätte ich eher ein bisschen längere Brennweite benutzt und dann zur Not ein Panorama draus gemacht, weil dann sind die Dimensionen nicht so auseinandergezogen. Dieses hier ist auch von Ruth. Ja, sehr schöne Stelle. Da war es ja wirklich sehr, sehr unberührt. Also gut, man sieht hier, dass rechts jemand schon da ein Stückchen vorgelaufen ist, irgendwie mit Schneeschuhen von uns wahrscheinlich. Ja, aber trotzdem, hier ist eine sehr, sehr schöne Stelle. Hier wirkt das Ultraweitwinkel auch, weil wir hier natürlich Fels direkt im Vordergrund haben. Also es ist direkt vor der Kamera unten links und rechts Richtung Ecke. Und das alles sorgt natürlich dafür, dass wir ein bisschen Weite und Tiefe in das Bild kriegen. Hinten die Sonne ist da. Auch hier, Ruth, da kann man nochmal anpacken. Ja, also das könnte man natürlich noch ein bisschen feiner ausjustieren, was die Farben betrifft. Und ja, wir beide wissen vielleicht, dass es ungefähr so ein bisschen gräulich auch ausgesehen hat. Aber das wissen ja alle anderen nicht, die jetzt nicht dabei gewesen sind. Und insofern kannst du da durchaus nochmal in die Kiste greifen und so ein bisschen mit Maskierungen versuchen, das Ganze ein bisschen ausgewogener und farblich, lichtschimmungsmäßig interessanter zu gestalten. Letzte Einsendung von Ruth für heute. So eine kleine Kiefer hier im Schnee habe ich auch fotografiert. Haben wir da nicht sogar irgendwo nebeneinander gestanden. Weiß ich jetzt im Moment gar nicht so ganz genau. Ja, sehr schönes Foto, muss man sagen. Hast du wirklich gut gemacht. Das ist ein bisschen arg abgeblendet auf Blende 20. Das ist fotografiert mit dem 150-400 von Olympus. Und aufgrund des langen Teles haben wir natürlich sowieso eine geringe Schärfentiefe. Aber hier hat das Abblenden halt dazu geführt, dass die Unschärfekreise im Hintergrund so ein kleines bisschen hässlich geworden sind. Und ich habe das Gefühl, da ist auch Schmutz auf deinem Sensor an drei Stellen, da wo die Flecken dunkel sind. Können auch dunkle Flecken im Hintergrund sein, aber glaube ich nicht. Also insofern glaube ich, das ist Schmutz auf deinem Sensor. Und da hättest du ohne jeden Zweifel die Blende ein bisschen aufmachen können. Das muss jetzt nicht gleich auf Blende 4,5 sein. Also offenblende nicht. Aber hier auf so eine Blende 8 oder sowas, dann wäre die Zerstreuungskreise im Hintergrund sehr viel gefälliger. Ansonsten ist es aber ein schönes, abstraktes, minimalistisches Foto. Vielleicht wäre es noch ganz schön, wenn der Schatten unten noch ganz mit drauf wäre von der kleinen Kiefer. Ja, meine Einsendung von Wolfgang Pastorek. Der hat einen Amur-Leoparden fotografiert. Dann nehme ich mal ganz stark an, nicht weit live. Kann man sich auch immer mal täuschen. Manchmal überrascht ihr mich ja auch und sendet irgendwas ein und dann sagt ihr hinterher, doch, doch. Da war ich irgendwo im Gebirge, irgendwo im Himalaya und da habe ich auf der Gelegen und dann habe ich mich da einfach drei Tage im Schnee eingegraben in so einem weißfarbenen Tarnenversteck und dann hat der da morgens gelegen. Also glaube ich hier jetzt nicht, aber könnte ja sein. Ist aber auch, wie es ist, es ist ein sehr schönes Katzenporträt, super intensiver Blick, sehr schöne Bildschärfe. Du hast das hier mit einem 100-400 von Olympus fotografiert bei Blende 6.3. Die Schärfentiefe hat hier den großen Vorteil, dass sie auch von der Nase bis zu den Augen und dann auch noch bis knapp zu den Ohren reicht. Sehr gut, finde ich. Ich hätte lediglich da oben in überhalb des Kopfes den kleinen Zweig im Hintergrund weggestempelt. Von Ulf Quande haben wir eine Einsendung, da ist irgendwas zu verkaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob die in der Hütte was zu verkaufen haben oder ob die die Hütte verkaufen. Wenn die die Hütte verkaufen, dann bin ich kurz davor, da mal anzurufen und zu fragen, was das kostet. Und weil man ehrlicherweise sagen muss, und ich habe euch hier im Video die Telefonnummer, die da stand, weggepixelt, weil ich auf keinen Fall möchte, dass jeder anruft. Aber das ist wirklich abgefahren. Also das, mein lieber Herr Gesangsverein, also ich würde sagen, ich kann den Rest des Hauses nicht sehen, aber das ist unverkäuflich. Also da kann man maximal das Grundstück kaufen und wenn man das Grundstück kauft, muss man noch damit rechnen, dass man halt unfassbare Entsorgungskosten hat, weil wahrscheinlich auch noch irgendwelche Problembaustoffe verbaut worden sind. Das hast du aber ganz gut fotografiert. Ich finde die Farben auch auf dem Bild gut. Du stehst sehr gerade davor, was sehr gut ist. Hast du es sauber ausgerichtet, da ist alles, Chico, ja, und auch die Tatsache, dass es so eng beschnitten ist, sorgt ja überhaupt dafür, dass ich mich überlege, mich frage, wie sieht das Haus insgesamt aus. Aber zu verkaufen, ei, 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 ei. Von Ulf kommt dann noch diese Einsendung. Ja, Ulf, diese Einsendung an sich ist eigentlich eine schöne, muss man sagen. Ich sage mal, was man hätte anders machen können. Also erstens, der Hund steht so da, als würde er gerade entweder pinkeln, wenn es ein Hundemädchen ist, oder ein großes Geschäft machen. Das ist nicht so glücklich, finde ich. Wenn der jetzt neben der Bank links sitzen würde, wäre das sehr viel besser. Zweitens wäre ich sehr viel tiefer gegangen. So, dass die Frau, also wir hätten von dem See, hätte ich schon noch ein bisschen was sehen wollen. Der wäre natürlich schmaler geworden, wenn du tiefer gehst, das ist mir klar. Ja, aber, dass die Frau ein bisschen mehr vor den Hintergrund kommt und nicht so in dem See drin sitzt. Wenn das so sein soll, wäre ich ein bisschen höher gegangen, dass sie wirklich richtig in dem See drin sitzt mit dem Kopf. So, Lichtstimmung ist auch nicht so super schick. Das Licht fällt nicht so schön, muss man sagen. So ist es hier, so ist es hier so ein bisschen so wie bei dem zweiten Foto von Ruth. Da müsste halt ein bisschen dran gedreht werden. Da müsste mal ein bisschen Liebe reingesteckt werden. Und ich hätte es auf alle Fälle enger beschnitten, vor allem unten, weil dieses Kraut und Unkraut, was so unmotiviert von unten ins Bild reinwächst, zum Bild meiner Meinung nach wenig beiträgt. Und wenn du ein Stück hier nach links gegangen wärst und dabei noch ein Stück nach rechts geschwenkt hättest, würden wir vielleicht auch noch ein bisschen was von der Insel sehen, die da ganz offensichtlich in dem See ist und die jetzt am Rand angeschnitten ist. Dann haben wir von Ulf noch dieses hier. Das ist irgendwie eine Statue, Statuette oder irgend so etwas, die im Schnee steht oder schneebedeckt ist oder was auch immer und gerade so ein bisschen aus dem Schnee rausguckt. Das ist ja so insgesamt ganz witzig, wenn man da vorbeigeht. Ja, da macht man ein Foto von. Das ist auch okay belichtet. Das scheint überall einigermaßen Zeichnung im Bild zu sein. Und das kann man alles so machen. Es ist überhaupt nicht mein Motiv. Also ich kann damit wirklich nichts anfangen. Also ich würde jetzt gerne mehr von der Statue sehen und wissen, was ist das, wer ist das, wie sieht die Statue so insgesamt aus und warum sind das so Tannenkränze auf dem Kopf. Das sind alles Dinge, die mich interessieren würden. So ist es für mich eher so ein Schnappschuss. Durchaus mit einer gewissen Raffinesse, weil es eben schon dafür gesorgt hat, dass wir beide Augen, das zweite gerade so ein bisschen sehen können und schon so das Gefühl haben, die blickt mit in dieses Schneeloch rein, weil die Statue auch so ein bisschen nach unten guckt. Aber es ist halt einfach nicht mein Motiv. Apropos Blicken, Auge und so weiter. Von Andreas Blomeyer stammt diese Einsendung. Der Andreas, der hat ein Auge fotografiert. Da fehlt so ein bisschen an Schärfentiefe. Das muss man als erstes sagen. Da hättest du vielleicht mit einem Fokus-Stack oder sowas noch ein bisschen mehr Schärfentiefe reinbringen können. Dann hätte man das Auge ein bisschen aufräumen können. Also sauber machen. Also da oben am oberen Lid hängt so ein bisschen was und hier rechts sind so ein bisschen die Wimpern verklebt. Vielleicht vom Wimperntusche, vielleicht auch von was anderem. Weiß nicht so ganz genau. Es ist natürlich ein Makro. Das ist offensichtlich. Und dann hast du da irgendwie eine Tastatur eingespiegelt, reinretuschiert in die Iris. Das kann man so tun. Da gibt es ja auch noch so ein bisschen so einen Verwischereffekt. Das ist alles so weit okay. Es ist nur oben sehr scharfkantig. Diese Einspiegelung hat einen relativ weichen Rand unten rechts, einen relativ abrupten Abschluss unten links in der Iris und eine sehr heftige Kante. So als würde es da sieht so aus, als wäre da das Bild zu Ende von dem Tastaturfoto. Oben, da hätte man also sehr viel feiner das ausfaden lassen können über eine Maske. Da würde ich nochmal rangehen, mein Lieber, und das nochmal ein bisschen optimieren. Mein allerherzigsten Dank an alle Kanalmitglieder. Es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich unterstütze den Kanal. Das ist wirklich ganz, ganz großartig von euch. Herzliches Dankeschön dafür. Und ja, wenn du Mitglied werden möchtest, kannst du nochmal nachschauen, wie das Ganze geht. Und wenn du sagst, nee, ich möchte kein Kanalmitglied werden, aber ich möchte dich trotzdem irgendwie unterstützen, Frank, dann schau doch einfach mal kurz bei uns auf der Webseite vorbei, auf ff-fotoschule.de. Da findest du Webinare, Workshops, Kurse, Reisen, einen Shop, alles Mögliche. Und wenn das alles für dich im Moment nichts ist, dann gibt es im Shooter-Menü auf der Webseite unseren Newsletter, sodass wir dich in der Zukunft über das informieren, was vielleicht was für dich sein könnte.